Evidenzbasierte Medizin Testkriterium Responsivität Die Responsivität eines Tests wird auch als Änderungssensitivität, Responsiveness to Change oder Sensitivity to Change bezeichnet. Die Responsivität eines Messverfahrens gibt an, wie genau Änderungen der zu untersuchenden Variable erfasst werden. Statistische Signifikanztests beurteilen hierbei, ob eine Veränderung der Testergebnisse zufallsbedingt oder durch tatsächliche Veränderung des Patientenmerkmals zustande kam. Wichtig ist, dass der Messfehler bei wiederholten Messungen kleiner sein muss als die klinisch relevante Veränderung eines Patientenmerkmals. Der Messfehler wird ermittelt, indem man wiederholt konstante Merkmale des Patienten erfasst.